Hallihallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Spiele mit Style. Und ja, das hier ist mein Kanaltrailer, den habe ich mir jetzt kurzzeitig entschlossen, auch einen zu machen, beziehungsweise einen richtigen zu machen. Bisher ist dieses schöne Video mit den extrem vielen Aufrufen, äh, den meisten Aufrufen überhaupt auf meinem Kanal, mein Kanaltrailer. Aber es ist natürlich kein richtiger Trailer, es ist einfach nur irgendein Video, das schon neun Monate alt ist und deswegen dachte ich mir, mache ich doch jetzt auch mal einen richtigen Trailer. Und ja, was könnt ihr auf meinem Kanal sehen? Auf meinem Kanal könnt ihr Let's Plays sehen von fünf verschiedenen Spielen, die hier oben auch aufgelistet sind, kann man wunderbar ablesen. Trotzdem für die schwer sehbaren, sehgeschädigten, was auch immer, lese ich es mal vor. Also meine Hauptprojekte sind Shakes and Fidget und League of Legends, ab und zu kommen noch Brick Force, Flive und Call of Duty Videos, je nach Lust und Laune und Bedarf von euch. Und hauptsächlich habe ich wegen, äh, mit YouTube, wegen den Let's Plays angefangen, wegen Shakes and Fidget, also ist schon mein Hauptprojekt. Trotzdem kommt auch League of Legends und die anderen, wie gesagt, vor. Ähm, ja. Zu mir, ich bin der Spielestyler, ähm, im Real Life habe ich natürlich auch einen Namen, natürlich läuft es so im Real Life rum. Äh, Christian, beziehungsweise Chris, könnt ihr euch nennen, äh, könnt mich, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Ähm, ja, das war's so im Großen und Ganzen auch, ähm, mehr gibt's, glaube ich, gar nicht zu erzählen. Hier ist, wie gesagt, meine Playlisten, meine neuesten Videos und so weiter und so fort, den Mist kennt ihr ja wohl. Ist ja nichts Neues mehr. Wenn ihr Fragen habt, Verbesserungsvorschläge, Feedback und sonst irgendwas, könnt ihr immer gerne in den Kommentaren hinterlassen. Äh, ich nehme jede Kritik an. Allerdings, wenn ihr Kritik übt, dann bitte auch mit Verbesserungsvorschlägen, weil wer nur Kritik übt und wer nur meckern kann, sollte einfach still sein, weil es bringt mir nicht, äh, bringt mich nicht weiter. Also, wer konstruktive Kritik übt, bitte dann auch mit Verbesserungsvorschlägen. Ähm, Wünsche könnt ihr auch gerne schreiben, wenn ihr mal ein Let's Play oder, ähm, ja, wie soll ich sagen, Einführungsrunde in irgendein Spiel, wo ich einfach mal eine 50 Minuten ein Spiel anzocke, das aber dann nicht in eine Let's Play-Reihe verwandle, sondern einfach mal nur so eine Spaßrunde, könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, beziehungsweise mir auch eine Nachricht schreiben. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, alle Links, mit denen ihr irgendwie mir weiterhelft, sind in der Beschreibung. Ähm, ja, schaut doch mal drauf und eventuell könnt ihr euch dafür ja interessieren. So, das war's jetzt auch. Ich hab den Kanal-Trailer eigentlich nur gemacht, damit endlich dieses scheußliche Video da weg ist. und, ja, war's zum Großen und Ganzen. Ich hab alles gesagt bei Fragen gerne in die Kommentare und, ja, das war's auch schon. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao!